Der SC Paderborn stellt den stärksten Angriff der Liga und verliert jetzt seinen besten Angreifer Dennis Sripini hat sich für einen Wechsel zum englischen Zweitligisten Norwich City entschieden Am Donnerstag bestätigten beide Vereine den Wechsel offiziell.Sripini unterzeichnete einen Dreieinhalbjahresvertrag bis 2021 Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, profitieren aber in finanzieller Hinsicht enorm von diesem Transfer, erklärte Geschäftsführer Sport Markus Kröscher in einer Mitteilung der Paderborner Zur Höhe der Ablösesumme machte der Drittligist allerdings keine Angaben.Gegenüber Norwich City TV sagte der 23-jährige Angreifer Es war immer ein Traum von mir, in England zu spielen Die Fans, das Stadion und die Atmosphäre sind die Gründe, weshalb ich mich für Norwich entschieden habe Anführungszeichen Sripini, der vor der aktuellen Saison vom Regionalligisten BFC Dynamo ablösefrei zum SCP gekommen war, war ein Grund, warum es beim Tabellenführer der 3 Liga aktuell richtig rund läuft.Die Zahlen sprechen für sich. Neun Tore und elf Assists in 15 Spielen Die Paderborner hatten schon vorgesorgt und mit Kwame Jeboer und Philipp Klemen zwei weitere Offensiv-Frefte geholt Die neue Situation bietet neue Chancen für die Spieler, die bereits im Kader standen und vor einigen Tagen hinzugekommen sind, kommentierte Cheftrainer Steffen Baumgart Die Autor devastating